Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici 27. März 2019 Denderas Blick in die Akasha-Chronik Heute haben wir ein gutes Gefühl und auch Vertrauen, was die Liebe Partnerschaft betrifft, aber auch was die Freundschaften betrifft. Wir verspüren, dass das eine gewisse Veränderung kommt und bewegt sich alles in die richtige Richtung. Dieses Gefühl ist sehr stimmig. Aber wenn wir anfangen dann zu zweifeln, dass das wirklich in die Tat so auch umgesetzt wird, dann haben wir die Hindernisse und wir sollen diese Zweifel überwinden. Wir überlegen auch, wo setzen wir unsere Kraft ein. Wir müssen ökonomisch denken, weil wenn es zu viel wird, dann verlieren wir unsere Kraft und fühlen wir uns müde und erschöpft. Es kommt eine Nachricht, das hat mit der Vergangenheit etwas zu tun. Diese Nachricht hat eine Bedeutung. Das kann dazu führen, dass wir wirklich unseren Träumen leben. Und das ist sehr erfreulich, kann auch auslösen, dass es nicht ganz die Wahrheit entspricht und führt dann zu Enttäuschungen. Wir sollen überprüfen, was diese Nachricht genau uns sagen möchte. Und dabei empfehle ich, auf unser gesundes Bauchgefühl vertrauen. Und das war der Blick, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nicht verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt. Und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht. Ein Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist. Dualseelen und was sagt es auch. Und dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da. Das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Video ist wirklich kostenlos und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht. Und ihr bekommt dann die Zugangsdaten. Ihr bekommt den Link dazu. Und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die Interesse. Ich bedanke mich für die Interesse.